ich bin ganz jawoll was wird euch hierher oder so eine quest für uns vorratskisten der spieler spiere verbrannt vollstrecker der horne getötet sechs müßigkeit ja toll hätte mir das nicht on the fly sagen können freunde 40 bis 60 hier beginnt also 40 bis 80 bis 90 40 bis 60 ist das gebiet ein teufelsweil ist echt ach ja ist 80 bis 90 ok krass da liegt jedoch alles näher beieinander als ich eigentlich dachte die das ist einfach mal außer acht das ist das hält einfach auf so wie kann man schön hier gehen wir da kommen alles so schon der erste freund so erst mal ein bisschen leben generieren darauf erst mal schluck trinken ja wie sich das gehört also was ich auch sagen kann ist ihr seht jetzt hier über mir habe ich den boss bald ein bisschen verändert das liegt daran dass ich mich noch gestern erkundigt habe wegen tippie stream warum denn meine follower nicht aktualisiert da habe ich dann irgendwie testverlust gemacht das stimmt aber alles tippie stream hat es einfach irgendwie nicht geschissen gekriegt die follower die neue dazugekommen sind zu aktualisieren das doofe ist der hat auch meine testverlust gespeichert alles obwohl ich den harten gesetzt hat bei simulationen nicht berücksichtigen jetzt habe ich das jetzt habe ich in anderen beiden da genommen weil sich manche die fähig danach weil der vorherige modus bald du gehst den boss dann kommt dein name dahin dann wird er wieder runter und dann kommt der typ der nächsten gekillt hat nur durch donations follows und subs wird der lebensbutton runter gedrückt und dann steht da der nächste name der den last hit gemacht hat und das finde ich dann teilweise ein bisschen unverdernd wenn man zum beispiel wieder irgendwelche tests macht und der nächste könig ist dann halt früher weg als gedacht deswegen nehmen wir jetzt einfach die super mario dinger momentan ist king boo ab ja kann man ein bisschen testen es ist halb so wild wenn der verschwindet keine chance zum schaden gegeben morgen wir sind einfach wirklich er ist fuji gato die ist viel zu krass hierfür immer weg und die hat voll das geile mount krass Die habe ich nicht gesehen. Na komm. Ich auch noch. Zähne, Zahne und Tod. So, Axt, Charge, Faust, jawoll. Ja, kein Problem. Da ist noch eine Vorratskiste. Jawoll. Das ist ein guter Kombo. Finde ich. Weil die haben da auch keine Chance, so angetarcht zu kommen. Ist gut. Oh, fuck. Oh, oh. Boah, der war knapp. Das war ein bisschen knappi. Aber halb so wild. Ich muss näher ran. Da oben ist wieder was. Gewacht von dem Typen. Ich hoffe mal, das überleben wir. Ne. Das werden wir nicht. Das ist gerade unser letzter Trankflöten gegangen. Jetzt müssen wir erst mal hier ein bisschen futtern. Moment. Da. Erst mal so eine geile Keule mitten im Kampfgebiet snacken, ja. Wie der richtige Pro. Also sagen wir schon mal ein bisschen auskundschaften, wo hier die nächste... Ich glaube, die können wir wieder anzünden, ne? Kann das sein. Da. Und. Next. Ach komm, weißt du, du musst ja oben sowieso weg. Also. Go. Knippel sie nieder. Mach sie fertig. Keine Chance. Mystikerin der Splittersperre. Du musst dem Schöpfer jetzt entgegentreten. So. Zack. Wah. Ja. Guckt sie euch an. Das ist die Premium-Kombo vor dem Jahr. Angst, Potter. Nee. Was finden wir das Ding da oben einfach nochmal an, solange die nicht respawn war? Oh, neun. Die junge Dame ist noch ein bisschen verpennt. Ich bin außer Reichweite. Mieser Penner. Sind wir schon bei 10. Zwei fehlen noch. Eins. Und. Zwei. Und da ist auch schon direkt der nächste Mystiker, die nächste Mystikerin. Na komm. Hat jetzt echt einen Schritt noch gemacht. Perfekt. Na komm. Aber dafür muss ich da runter droppen, um das abzubauen. Ich weiß nicht warum, dass ich unbedingt in dieser Tigergestalt mit dem Kloppen will, aber... will wohl seine Gründe haben. So, wann respawnen die denn hier? Aber da unten ist eine Mystikerin. Ah, neben, neben, neben. Fuck. Ich brauche noch nicht. Da hinten ist sie. Da hinten ist sie. So, damit kommst du auch schnell von A nach B, wenn du einfach irgendwer anscheißt. Schnell und einfach, so wie ich es mag. Es sind sogar zwei. So, weg die Sau. Oh ja. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Du musstest mich noch unbedingt vorher verlangsamen, ne? Ging nicht anders. Ich verstehe nicht. Wenn die vor mir weglaufen, laufen die langsamer als ich. Ja, wenn ich vor denen weglaufe, laufe ich langsamer als sie. Toll. Da ist es. Genau da. Guck mal, die laufen vor, die Penner. Na, fuck. Ich hab mich schon gefreut. Ja. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Go, go, Power Rangers. Und hier, da ist er. So, die analysieren gerade die Arbeiter. So, der Bestie, den Kopf abzuschlagen, hat keinen Sinn, wenn es einen zweiten Kopf gibt. Ja, gut. Tötet ihr Sturm, Wirka und Lorenz Donnerruf. Was ist ja relativ... Ih, was bist du denn? Ist ja relativ nah. Ja, wie darfst du hier helfen? Next, um das hier später spielst du. Chess. Chess. Seid gegrüßt. Tegan Holloway. Athalax. Bevor ihr euch gleich wieder in die Schlacht stürzt, möchte ich euch überfahren. Neue Entwickler. Der Rasid's Folia. Ja, ja, gut. Der Rasid's Folia. Ich bin näher dran, ich mache erst das. Okay. Vielleicht kriege ich ja von dir schon ein Amulett. Was ist das für ganz nice? Das hinkt so. Ich bin außer Reichweite. Da. Zack. Gart. Ich brauche ein Ziel. Cool. Ach, da sind sie ja. Ich denke mir, dafür ist dann der Sperrgut. Das ist zu weit entfernt. Bam. Zack. No, no. Auf die Fresse. So wird das dann. Einfach umknödeln, die Sau. Weißt du, was hier? Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Oh. Vielleicht ist doch gerade ein Fehler gemacht worden. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Eiskalte Milch. Ja, geil. Ich muss da echt den Sperr draufwerfen. Krass. Ist noch nicht bereit. Wir wissen aber schon, dass sich das nur noch um Stunden handeln kann. Vor allem, dass Tim mir mehr Schaden macht, als ich ihm. Oh, ja, klar. Hau da drauf. Alter, Votter. War das knapp. Boah, Freunde. Was ein Ding. Boah, Freunde. ich brauche dein Amulett schade für dich von mir auch wenn er gerade auf den Sack kriegt so Lorenz Donnerruf Ach er greift mich an das letzte Amulett ist mir ne ich gebe immer geschlossen ab hau doch ab da das damals für die Equest wäre es zum Beispiel der Ruide auch geiler ja weil der einfach wir brauchen den Sperr gar nicht der knüppelt den so mit seiner Magie nieder